Okay, geheilt, alle mitsingen. Ich kann mit der Mille Light ne Pille einschmeißen und bin auch nach drei Promille noch immer nicht schweißsam. Ich will den Feind und tanz mit Elefanten auf zusammenfinken. Deine Mama gewinnt dank meinem Schwanz. Das kam Schott. Ich kack jetzt regelmäßig einmal am Tag, bis sie die Luft schäht und meine WG-Kollegen wählen mit Luftsprays. Ich weiß, was sie sagt, aber tu, was ich will. Ich hab meinen Körper von Kempten mit Kürz und meine Kuh von der BILD. Deutscher Rap wurde voller Hut, die Geschirke täglich mehrfach schlucken musste und wurde schwul von der Milch. Ich seh alles locker, ob jetzt immer alle Menschen, die anders denken und somit jederzeit verständen. Scheißroboter, crossing the border, du bist ein verdrosselter Forscher. Ich will schläg' ich mir Leben, wenn wir noch bin, wenn solche Fing-Kworte. Aber insgesamt geht's mir gut im Großen und Ganzen. Ich will mich bei 25 Psychologen bedanken. Sie ließen den Sieg, die BILD-Sicher-Team. Sie ließen den Sieg, die ernste Sagenschrei, denn er ist der Style. Syrophil ist ein Phänomen, bei dem man selig schläft, sinniger als bei der Rezension deutscher Demo. Ich wurde im VOB-Gespräch und ich trinke jetzt weniger und hab seit meinem neuen Hobby den Sinn für Chemiker. Junge, pitt dich, ich verkaufe keine Peaches. Ich verkaufe meinen Peep-Max, vielleicht verkleidet als Clown auf dem Spielplatz. Ich hab in Melanie eine Freundin gefunden. Ich hab als Kind Kleber gefresst, Blutsäure getrunken. War enttäuscht von Sekunden und von Minuten gelangweilt. Und wie sobald ich schenken konnte, statt zum Bund in die Anstalt. Sie halten die Krankheit. Statt im Blick nicht zu ersticken, verteile ich jetzt meine politische Weisheit in Franschlein. Plötzlich weichen da der Dr. Dre, Prober, Thomas B. und Mays Portresen im JAB-Poster. Ich schoss früher beim Fußball in ein Eigentor. Jetzt bin ich für die Jungen ne Leichtiger und du nur mit ner Scheiß-Fresur. Liesse ihn ziehen, die Bieder-Psychiatrie, die erste Sagenbahn, denn er ist jetzt geheilt, geheilt, geheilt. Also, wenn ihr noch Lust habt, ja, dann bittet ich euch jetzt, diese Burg da vorne zu gehen. Da findet der Rest des Konzerts statt. Wenn jemand da ist, dann trete ich auch nicht auf. Ist ganz klar. Gut!